Palazzo, Europas erfolgreichstes Gourmet-Theater, öffnet wieder seine Pforten. Ihr Gastgeber hier in Frankfurt, Deutschlands Koch-Elite. Herzlich Willkommen hier im Palazzo. Wir sind hier in Frankfurt, Ihre kulinarischen Gastgeber. Reden Sie ein und genießen Sie die Show. Und los geht's! Geiles Entertainment und es lohnt sich, einen Abend hier zu verbringen. Ein Gaumengenuss hoch drei. Wunderschön. Exzellent. Wirklich wahr. Insbesondere die Ente ist unschlagbar. Die hat die acht Stars verdient. Ein Traum für den Gaumen. Die sensationellen Leckerbissen der vier vereinten Gourmet-Köche. Juan Amador, Hessens erster Drei-Sterne-Koch, zaubert die Gazpacho Andaluz in Texturen. Hans-Peter Wodatz, der Pionier der Erlebnis-Gastronomie mit seiner legendären Karotten-Tomaten-Suppe. Michael Kammermeier. Shootingstar mit einem Stern. Mit Heide-Entenbrust, Spitzkohlwickel, Maronen-Knocki und Rotkrautsoße. Last but not least, Deutschlands Sternekönig, Harald Wohlfahrt. Mit dem Dessert Delice von Gubor-Schokolade mit Kompott von exotischen Früchten. Sensationell. Immer wieder begeisternd, wie so viel Essen auf den Punkt, genau heiß auf den Tisch kommen kann. Das ist faszinierend. Lassen Sie sich verzaubern von dem sensationellen Entertainment mit der Crème de la Crème des Varietés. Genießen Sie eine perfekt inszenierte Show. Essen, Musik, Licht, Ambiente und Service. Grandios aufeinander abgestimmt. Ein rauschendes Fest für die Sinne mit rasanten Show-Effekten. Wie der Kleiderwechsel im Sekundentakt. Was ich total verblüffend fand, diese Zaubershow, wo diese Frau ständig die Kleider gewechselt hat. Sie bringen das nicht nur artistisch wunderbar, sondern auch so schauspielerisch. Das ist ein tolles Team. Wundervoll. Also wirklich. Ich habe zu mir gerechnet, dass es schön wird, aber dass es auch so lustig wird. Damit habe ich nicht gerechnet. Es war wirklich ganz toll. Und wir kommen bestimmt wieder und vielleicht auch sogar in Berlin, wenn wir demnächst sind. Die Parole ist ganz einfach, dass Palazzo eine sehr große Warmherzigkeit mit ihren Künstlern gezeigt hat. Und auch natürlich mit der Küche. Und das ist einfach eine ganz hervorragende Thematik. Und ich glaube, jeder Frankfurter sollte hingehen. Und auch die aus dem Umland. Einfach klasse. Und Palazzo ist total gut. Herzlich Willkommen in Palazzo! Erleben Sie Ihren ganz persönlichen, besonderen Abend im Palazzo Frankfurt. Sichern auch Sie sich jetzt Ihr Ticket unter der Hotline 01805 388883 oder online auf www.palazzo.org in Frankfurt an der Eissporthalle.